Hallo und herzlich willkommen meine Freunde, ich bin es wieder, Jesse und wir schauen uns jetzt gemeinsam mal den Heal Monk an, wie sich der Ganze mit Battle for Assault spielt, wann ihr was nehmen sollt und gleich mal vorweg, es ist einer der stärksten Heiler und es macht für alle, die einen Monk am Start haben, auf jeden Fall sehr viel sehen, sich hier mal ganz kurz damit ein bisschen auseinanderzusetzen, wie ihr es bereits gewohnt seid, werden wir hier zuerst mal über die Talente gehen, über die Azerid-Rüstungen, die Werteverteilung, mal schauen, was ihr hier so nehmen sollt und dann gibt es jede Menge Kampf-Action, damit ihr wisst, wann ihr welche Taste idealerweise drücken solltet. Ja Freunde, nach dieser Einführung schauen wir uns gleich mal wie gewohnt bereits die Talente an, wir spielen auf der BVB-Seite mit Medaillon des Gladiators, Wege des Granis, gefolgt von erfrischender Windhauch und danach mit Magie aufhebeln, das Ganze ist kombiniert mit dem Kriegsmodus, was ich euch sehr ans Herz legen würde, diesen zu aktivieren, für ein bisschen mehr Output. Bei den 15er-Talenten ganz links beginnen wir, erhöht die Dauer von Einhöhlen der Nebel um eine Sekunde und den Heilungsbonus um 10%, also damit kommen wir dann schon mal auf einen Gesamtheilungsbonus von 40%, das ist schon mal nicht so schlecht, könnte vielleicht sogar sein, wenn das das noch ein bisschen genervt wird, weil sie auf jeden Fall leicht übertrieben, die 30er-Reihe wie schon gewohnt mit den diversen Movement-Talente, hier hat man die Möglichkeit für den Torpedo oder aber den Tigerrausch und das nehmen wir auch für die meisten Kämpfe. 45er-Talent, ganz linke Seite, die Lebenszyklus, um hier ein bisschen Mana zu sparen, wenn wir hier abwechselnd beleben und Einhöhlen der Nebel einsetzen, alternativ für diverse Situationen bietet es sich auch an, den Mana T mitzunehmen, vor allem wenn enorm hohe HPS-Werte über den kurzen Zeitraum gefordert werden. 60er-Talente, Ring des Friedens, um hier in der Gruppe und so weiter, kann man damit super unterstützen und das 75er-Talent, ganz klare Sache, die Magie, die Fusion, wo im 16 erlitten, der Schaden um 60% reduziert wird und es wird natürlich noch etwas reflektiert, also das Reflektieren ist nicht so wichtig, aber die Reduktion nehmen wir natürlich gerne mit. 90er-Talent habt ihr die Wahl, einerseits die Statue wäre eine ganz gute Option, um hier die Heilung weiter auszubauen oder aber ihr geht auf Nummer sicher und nehmt den roten Kranich mit 3 Minuten Abklingzeit, ist ein relativ hoher CD, aber dafür wird er euch garantiert mehrfach das Leben retten und nicht nur euch, sondern auch der gesamten Gruppe. Als 100er-Talent für spezielle Kämpfe hätten wir hier noch fokussierter Donner, um unseren Donner-Focus-D hier um eine weitere Aufladung zu erhöhen, da sind zwei Zauber davon geboostet oder aber für die meisten Innes oder die meisten Situationen nehmen wir hier einfach das mittlere Talent, damit eben Essenzbohren hier etwas effektiver wird. Wenn wir jetzt mal ganz kurz noch auf unsere Klasse schauen, ihr wisst schon, die Azerit-Rüstungen, also für Kopf, Schulter und Brustplatte, haben keine sekundären Fähigkeiten, da sind die sogenannten Azerit-Fähigkeiten am Start und da gibt es natürlich jede Menge davon, wie ihr es schon gewohnt habt, haben wir für euch in unserer Übersicht alle aufgelistet, da steht dann genau dabei, was ihr wo, wie, wann nehmen sollt, um das Ganze hier für euren Heilerperfekt abzurunden. Von der Werteverteilung her haben wir hier schon relativ viel Mastery mit am Start, damit eben hier von unseren Heilzaubern das ganze HPS-technisch noch richtig stark sich auswirkt, wie viel Tempo und Crit wir benötigen werden, das schauen wir uns in den Simulationen an, ob es da diverse Breakpoints gibt, die ihr auf jeden Fall halten müsst und dann könnt ihr hier die richtigen Items fischen. Ja Freunde, nach dieser ganzen Theorie-Geschichte wird es mal Zeit zu zeigen, wie heilt man denn mit dem Ganzen, was kann man denn hier so machen. Zuerst aber, bevor wir zu der Heilung kommen, noch ein ganz wichtiger Hinweis und zwar haben wir, sollte kein Monk in der Gruppe sein, die Möglichkeit diese mystische Berührung aktiv zu halten. Das bedeutet also, wenn wir unsere Ziele angreifen, aktiviert sich ein Debuff auf den jeweiligen Ziel und danach machen unsere Nahkämpfer mehr Schaden, die sind euch da garantiert verbunden, wenn ihr zumindest einmal zuschlägt neben dem ganzen Heilen. Wenn wir jetzt zum Heilen kommen, da haben wir natürlich einerseits den anhüllenden Nebel, erhöht die anschließende Heilung, ist natürlich nicht schlecht, das aktiv zu halten, besonders auf den Tank, also auf dem Ziel, das ohnehin laufend Schaden erleidet. Danach geht es weiter mit erneuernderem Nebel kombiniert mit Essenzbohren, das ganze sind so zwei Hots, die wir praktisch versuchen aktiv zu halten, wird uns nicht immer gelingen, aber wenn es uns gelingt, ist es natürlich super, weil das ist so ein bisschen Heal, der auf alle mitgeht. Das ist eben relativ kompliziert als Monk die Gruppe zu heilen, kompliziert ist es nicht, aber ihr müsst halt die Ziele mehr oder weniger einzeln noch anvisieren, weil ihr sehr wenige Heilzauber haben, welche direkt auf die ganze Gruppe gehen, also da müsst ihr dann runterswitchen und die Heilung auf die jeweiligen Ziele, welche es benötigt, direkt anwenden. Dann geht es weiter, wenn wir jetzt so die Hots aktiv haben, unseren anhüllenden Nebel aktiv haben, dann setzen wir direkt danach den beruhigenden Nebel, das ist so eine Kanalisierung, das ist ganz ganz ein cooler Zauber, denn während wir das kanalisieren, haben wir die Möglichkeit, andere Heilzauber zu wirken, das heißt, wir haben jetzt die Hots oben, kanalisieren was drauf und können zusätzlich zum Beispiel noch den direkten Heal vom Beleben draufsetzen. Also wir können einerseits den einhüllenden Nebelhot erneuern, während wir kanalisieren oder aber direkt Beleben draufsetzen und haben somit natürlich einen maximalen Heal Output, kombiniert vor allem zusätzlich mit der Master Rear. Also da geht schon einiges, also der Healmonk war sowieso eine der HPS stärksten Klassen, also das war sowieso der Wahnsinn, auch schon mit sehr sehr schlechten Gear, konnte dir hier schon enorme HPS Werte erzielen. Ja Freunde, und neben dem ganzen Heilzauber und Hots haben wir natürlich unglaublich viele Cooldowns, also für jede Situation den richtigen Cooldown. Beginnen wir mal mit dem Donnerfokus, den setzen wir so oft wie möglich ein, anschließend werden diverse Healzauber verstärkt, das könnt ihr im Skill direkt nachschauen, das ist ideal, um die HPS und die Heilung noch ein bisschen zu pushen. Dann geht es weiter mit unserem Lebenscookhorn, wo wir praktisch den eingehenden Schaden teilweise absolvieren können, wir spielen auch zusätzlich mit dem Talent Magie Diffusion, wo auch der erlittene Schaden nochmal stark reduziert wird. Der wird auch teilweise zurückgeworfen, aber für uns als Healer ist es natürlich mal erheblich, dass der reduziert wird. Und dann haben wir hier natürlich noch den roten Kranich, also ihr seht, ihr könnt dann, je nachdem was euren Spielstil eher entspricht, könnt ihr entweder mit der Statue spielen oder einfach mit dem roten Kranich, wo ihr dann praktisch, wenn es wirklich mal knapp wird, die ganze Gruppe low ist und ihr das Ganze wieder hochheilen wollt, dann zieht ihr einfach diesen HPS Cooldown. Ja Freunde, und damit haben wir schon mal so eine Basic-Rotation durch, wie ihr eure Verbündeten am Leben haltet. Ich weiß jetzt, zu Beginn kann es ein bisschen verwirrend sein zwischen diesen einhüllenden, erneuernden und beruhigenden Nebeln, aber im Endeffekt seht ihr eh genau, wie es funktioniert. Die einen Hots, die dann nachschließend die Heilung erhöhen und vor allem nämlich dann der beruhigende Nebel, wo wir während des Kanalisierungszaubers, das ist ganz wichtig, während des Kanalisierungszaubers einfach noch weitere Heilzauber wirken können. Das agiert einfach wirklich super mit der Mastery und sorgt dann auch für wunderbare HPS-Werte. Ja Freunde, somit wären wir dann am Ende angekommen. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt oder Anmerkungen oder Erfahrungen, immer gerne damit ab in den Kommentaren und jetzt wünsche ich euch wie immer viel Glück, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.